UNTERTITELUNG Sag mal, du Vollidiot, wer hat jeder denn ins... Du musst mich nicht gleich beleidigen. Holen wir die Polizei und fertig. Ich bezahle dir den Schaden direkt aus meiner Tasche. Perfekt. Aber nur einen Raten natürlich. In wie vielen Raten? So um die 20 oder 30. Ich will vielleicht irgendwie neu anfangen. Run. Schon bald, Jungs. Du könntest auf der Straße beim Dunion spielen. Aha. Ich bleib hier. Und warum? Weil ich die Liebe meines Lebens getroffen habe. Mit 14 schon die Liebe deines Lebens. Ich werde bald 15. Buenos Aires. Die soziale Unzufriedenheit nimmt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten zu. Willst du wirklich in so einem Land leben? Eine vorübergehende Maßnahme zur Beschränkung von Bargeldabhebungen von 250 Pesos pro Woche. Ich brauche mein Geld. Ich habe alles verkauft. Ich gehe weg. Was soll ich tun? Gott versammte Schweine! Fähigkeiten sind dazu da, um sie zu überwinden. Sag mal, seid denn zum Proben hier? Maestro. Oder zum Quatschen? Wir haben morgen einen Auftritt. Hast du deinen Führerschein auch gefälscht? Diesen Verschall. Der fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir